Ja, also ob das jetzt so schwer ist, ist ja uns das wohl. Tja, dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Aber Kane ist wohl doch nicht so beeindruckt von dir, wie ich dachte. Er hat dich abkommandiert zu einer simplen Propaganda-Mission. Brich in diesen GDI-Stützpunkt ein und stieh dir neues Spielzeug. Es ist der Orca, ein extrem schneller Angriffshubschrauber. Zerstöre damit dieses Dorf. Das sollte doch ein Klack sein für jemanden von deinem Kaliber. Vielleicht sollte ich meine Emotes doch nochmal aus dem CNC rausschneiden. Wenn ich mir gerade ihn so angucke, da sind die... Okay, das ist jetzt wieder scheiße. Ich glaube echt, dass sie die FMVs... Also, vielleicht muss ich mich auch nochmal neu runterladen. Aber gefühlt sind manche FMVs nicht in... Ja, weißt du schon. Wie sagt man? Die upscaled wurden. Manche schon. So, wo ist denn hier jetzt? Äh, Optionen. Äh, Spiegeschwindigkeiten machen wir nochmal. Das ist ja wieder alles Rechtsklick hier. Äh, wer worden ist jetzt eigentlich? Äh... So, dann setzen wir jetzt 2... ... und 3. Boah, war erst mal der Herrin hier. Eigentlich auf... ...zitter den Sand eingestellt. Ups. Na, das sollten wir vielleicht wegfahren. Andersrum ist das gerade vielleicht ganz gut, weil jetzt hat einer von denen normalerweise Aggro vom Schiff. Das heißt, das Schiff schießt normal nicht mehr. Ah, hier geht's mit FZ. Oh, ihr schießt fröhlich. Das ist richtig. Ach, das ist mal der Gegner. Guck einmal da, da haben wir einen vergessen. Hab ich schon erwähnt, das ist eigentlich jetzt nicht mehr wichtig. Hast du nichts bei? So, da kommt da noch einer. Oh, die werden jetzt ganz gut mit den Seiten. Ja, wohl, zahle. Bestätigt. Ja, wohl, zahle. Ja, wohl, zahle. In Ordnung, bestätigt. In Ordnung. Ja, wohl, zahle. Da wurde er geflamed. Ja, man kann das jetzt auch ein bisschen beschleunigen. Weil das hier wird nicht gehen. Normalerweise kann man nicht von oben her mit Raketenheimis angreifen, deswegen. Werden wir das mal reinfahren und drauf angreifen. Und in Ordnung, Thomas, crear, was war der hier. Ja, wohl, zahle. In Ordnung. Jawohl, zahle. Ja, wohl, zahle. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. kali 18 Ent. Gut, das haben wir jetzt vergessen. Einheit verloren. Jawohl, zahle. Einheit verloren. Ist, nichts, nichts, nichts. So, jetzt machen wir das voll weg. Jetzt machen wir den Ballen auf. So, jetzt haben wir noch ein paar Flamer. So, das ist so flamer hier. Fernadier. Wir kommen jetzt an dem vorbei. 2. Ja, das ist eigentlich noch rechts zu laufen. Jungs, wie geht's? Oder wenn wir uns so... Nein. Kommt hier erstmal ab. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Man kann doch einfach vom Boden schießen. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Das sollte man doch vielleicht lassen. Habe ich schon erwähnt, dass ich die ganze Zeit Zipps anspiele. Jawohl, Sir. Ja, pf... masch. Linksklick. Jawohl, Sir. Nicht rechtsklick. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bann pf... Eilheit verloren. Unglücklich, egal. Jawohl, Sir. Besteht nicht. So. Ich muss hier irgendwo meine Rock aufkreuzen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, sexual... irgendwelche auch... Nachlichen Elemente것 zur Einheit. damit es nicht heißt, dass das irgendwie gescheitert war. Da drüben sind noch ein paar Einheiten, deswegen sollte man eigentlich den Panzer aufbehalten und blab, 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 blab. Aber scheiß drauf. Jawohl, Sir! Breche auf! In Ordnung! Breche auf! Ok, haben wir sehen schon. Breche auf! Bestätigt! Breche auf! Da hockt jetzt gerade der Ding drauf. Das Orca-Line. Jawohl, Sir! Ja, wohl, Sir! Wurde erobert. Jo. Breche auf! Mal, ob das Schiff... Ah, das fliegt jetzt irgendwo. Ja, drauf geschissen. Ja, genau. Was hier wichtig ist, man greift zuerst den Raketen an. Jawohl, Sir! Alter! Jawohl, Sir! Man kann natürlich auch Pech haben, deswegen speiert man eigentlich vorher. Weil, wenn der Orca auf einmal was angreift, das gar nicht mehr da ist, äh, what the fuck. Jawohl, Sir! Kann passieren. Jawohl, Sir! Äh, Low Effort Video. Nicht, dass sich einer wundert. Jawohl, Sir! Nein, ich weiß jetzt, dass da gerade Schiff lang gefahren ist, deswegen fliege ich jetzt mal nicht drüber. Normalerweise klaue ich auch hier immer den Stützpunkt. Wie gesagt, hier steht normalerweise noch ein Humvee. Bisschen Inf und so. Dann hol ich dann jetzt hier das Silo, dann kriege ich den Kohle. Jawohl, Sir! Also, falls der Orca drauf geht, kann man hier einfach die Basis klauen. Dann gewinnen wir auch wieder. So, wo bleibt das Schiffchen? Das Schiffchen zielt da hin. Das normalerweise greift es mich nicht an. Genau, passt. Wie gesagt, man speiert normales Feuer. Aber, ja. So, jetzt können wir auch die Spielsteuer nochmal erhöhen. Äh, Spielschwähigkeit. Step. Optionen. Der mir in Alter schwebt. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich bin sehr interessiert. Geht klar, Sir! Schon dabei! Bresche auf! Wird ja natürlich auch mein Orca ein bisschen auflösen. Bresche auf! Bresche auf! Bresche auf! Bresche auf! Bresche auf! Ist gut langweilig. Einheit verloren. Bip! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Bresche auf! Bresche auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Bresche auf! Ich will das jetzt wissen. Bresche auf! Bresche auf! Schon dabei! Sofort, Sir! In Ordnung! Bresche auf! Sofort! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Wie gesagt, ich bin gerade mitten übers Schiff drüber geflogen. Nichts passiert. Also. Normal muss man ja glaube ich nur 5 Gebäude zerstören und das ist wieder gut. Jawohl, Sir! Wenns geht schießt ihr bitte nicht auf den Sammler. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! Bresche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! In Ordnung! Jawohl, Sir! 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 Ja, vielleicht müssen wir doch die Soldaten töten. Übersehen wir schnell nach Wurscht. So, weil wir jetzt ja Zeit haben. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Schon dabei. Besteht dich. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl. Jawohl, Sir. Bresch jetzt mal. Jawohl, Sir. Bestätig. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. So geht das. sofort, Sir. Jawohl, Sir. Raumflamer. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Fährt mal einfach hin. Zielt nach vorne. In Ordnung. In Ordnung. Da hinlaufen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Dann drückt man einfach hier was in der Zelle vor. Das ist einfach. Das soll es eigentlich schon im Widerstand hier gewesen sein. Genau. Jetzt kann man sich hier den Bau aufklauen. Jawohl, Sir. Beziehungsweise. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Barakten. In Ordnung. Schon dabei. In Ordnung. Wo hier die Tümme sind. In Ordnung. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Besteht die Recherung. Jawohl, Sir. Ja, wo sind eigentlich die Panzer hier da? Jawohl, Sir. Jetzt machen wir mal kurz vor, was man hier macht, wenn man hier mehr machen will. Jawohl, Sir. Bezieht sich gerade das Video, ich weiß. Bis gerade an, weil ich habe gerade Bock drauf. Breche auf. Geht klar, Sir. In Ordnung. Wrischt. GDI-Gebäude wurde erobert. Eine Minute und sieben. Krass. Also wenn man keinen Strom hat, dann dauert das hier immer ewig. Jawohl, Sir. So, wenn er da drin ist. GDI-Gebäude wurde erobert. Brot man sich das Ding einfach. Wir benötigen Silos. Ja, ist klar. Oh, wirklich Silos. Fuck. Weiß nicht. Jawohl, Sir. So. Geht mal rum. Wie gesagt, wir sind einfach noch langweilig. So. Beziehungsweise man kann auch sogar hier hingehen. So, mal schnell. Empfiehlt sich natürlich immer, dass man frei hat. Erstmal Strom. Die Eigebäude wurde erobert. Wird gebaut. Gestoppt. Abgebrochen. In den Ringraum kommen. Blub. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Konstruktion fertig. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In den Alt kann man übrigens Einheiten überfahren. Alt-Links-Klick. So. Der steht jetzt nämlich gerade falsch. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ah, immer ist es linksgeklicke hier. In Ordnung. Man sollte einfach nicht Command & Conquers mischen. Jawohl, Sir. Blöde Idee. Bestätigt. Oh, warte mal. Ähm. Jawohl, Sir. Eine Sache, auf die man jetzt aufpassen sollte, ist, dass man hier nicht die Einheit verliert, auf die gerade der Schiff hier zielt. Weil sonst ist es ein bisschen doof. Ups. Ach ja, genau. Wir wollten ja den ja machen. Jawohl, Sir. So weit. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, normalerweise kann man das Ding hier auch outrangen. Egal. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bons. Äh, ja. Wir wollten was beinnehmen. Wird gebaut. Ziele, wie geht's da? Ziele, wurde erobert. Bestätigt. Neue Balloptionen. Ich hab schon gesehen, der Infantris geht noch. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Dafür, dass ich eigentlich nur ein 5-Minuten-Video machen wollte. Naja. Bestätigt. Ja, wüsste es auch. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Keine halben Sachen. Energieniveau kritisch. Jawohl, Sir. Neue Balloptionen. Wo war er noch? Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Komm, jetzt haben wir eigentlich gut noch. In Ordnung. Wie gesagt, wir spielen auf normal. Hab ich das gesagt? Jawohl, Sir. Dann muss man auch was töten. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Röcher auf. Jawohl, Sir. das fertig, dass ihn killst. Danke. Das sollte man natürlich vermeiden, dass der in den roten Bereich kommt, weil dann braucht er länger, aber egal. Also man kann keinen Orkern nachbauen. Ach, der DJ Nightwalker spielt auf lässig. Ja, ich spiele gerade auf normal. Wenn ich mir jetzt natürlich so einen Haufen Zeit lasse, dauert es das Video dann ewig zum hochladen. Ich weiß jetzt schon, dass ich das wieder berue. Fun Fact am Rande, wenn man Infanteristen im Tiberium stehen lässt, wächst es noch. Nicht vergessen, es sind solche. Blut gebaut. Wenn man den zweiten Sammler lasst. Jawohl, Zer. Ich bin mir gerade um sich, ob man die Infanteristen auch töten muss, weil die sind gelb. Jawohl, Zer. Aber gleich töten. Einsatzziel erreicht. GG. So einfach ist es. Siehst es? 15 Minuten. Was? Ich habe die Mission mal mit 42 Minuten gemacht. Echt? Kommt, Passion. Das war wahrscheinlich noch Original Horde. Der Zelt ist pro Schwierigkeitsgrad. Na ja, habt mir den. Feuer am Dir.